Hallo meine Lieben, ein ganz kleines Kurz-Orage, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit und zwar hat sich hier jemand im Chat geäußert dazu, ich soll doch mal bitte ein Kollektiv-Orage machen, ob denn noch ein Treffen mit dem Herzensmenschen stattfinden wird in der letzten Märzwoche, also diese Woche, wird denn diese Woche noch ein Treffen mit dem Herzensmenschen stattfinden? Bedenkt bitte, es ist ein Allgemein-Orage, wow, hier ist die Liebe, die Liebenden. Wird diese Woche noch ein Treffen stattfinden? Wow, hier habe ich auch noch mal was Positives, ja, man arbeitet auf jeden Fall dran, damit hier ein sicheres Treffen stattfinden kann. Auf jeden Fall ist der Magier hier und der möchte gerne etwas umsetzen und man glaubt auch daran, sehr, sehr schön. Und dann nochmal mit dem Lennemore, wird denn hier ein Treffen stattfinden? Es wird noch so ein bisschen, naja, die eine oder andere Blockade nagt noch, aber ich kann schon mal sagen, die Blockade geht auch langsam raus. Man würfelt hier, man würfelt hier, man macht eine Neuausrichtung, ne? Wird die Woche noch ein Treffen kommen? Wow, hier kommt auch eine Kommunikation. Guck mal, was nagt denn hier noch? Was ist das denn für eine Blockade? Okay, also irgendwie war hier eine Blockade in der Verbindung so ein bisschen drin, ne? Oder so Hindernisse, die vielleicht auch ein Treffen unmöglich gemacht haben, aber die werden jetzt hier, ne? Mit den Mäusen geht diese Blockade jetzt langsam raus in der Verbindung und dann würfelt man hier noch mit einer Entscheidung, ne? Aber ich denke mal schon, also man glaubt ja hier dran und hier sehe ich ja die Liebe. Also hier ist jemand wirklich bereit mitzuarbeiten und, ja, plant vielleicht auch schon etwas oder möchte wirklich Sicherheit mit dir hier haben oder reinbekommen. Und dieser Mensch, der setzt alles um, was er kann, ne? Ja, genau, dann geht die Blockade raus. Hier passiert eine Neuausrichtung und da kommt definitiv jemand auf dich zu mit einer Kommunikation. Also das kann ich dir schon mal sagen. So, sehr, sehr schön. Das freut mich natürlich und wünsche ich natürlich auch allen. Aber denk dran, es kann nicht immer mit jedem in Resonanz gehen, gell? So, was sagt dir die Person? Allein die Zeit wird es zeigen. Und die Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Na, vielleicht hältst du auch zu sehr an einem Treffen fest. Lass es einfach fließen. Was sagt dir die Person noch? Wow, Leute, guckt mal. Du bekommst eine Nachricht von mir, das hat man ja hier schon. Und komm in meine Arme, vielleicht werde ich die Person so empfangen. Das wäre doch schon mal gut, oder? Ja, meine Lieben, dann alles Liebe und ich hoffe natürlich, dass sich hier alle treffen. Ja, ciao, ciao. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.